So, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Nachmittag der Magie, des Jongleurs, der guten alten Zeit, des Jahrmarkts, des Zirkus. Wir haben unseren Freund John Nations eingeladen, er ist gekommen und er wird Ihnen hoffentlich ein wunderschönes Programm heute Nachmittag zeigen. Ich habe ihn schon öfter gesehen, er ist super. Also, John, du erklärst alles selbstredend. Viel Spaß, viel Vergnügen mit dem Jongleur, John Nations. Vielen Dank. Hallo, willkommen. Wie geht's heute? Gut? Alle Leute hier, gut geschlafen gestern? Schlaf ist mega gut. Ich auch. Ich schlafe jetzt mit einem umgekehrten Schlagfrhythmus, weil ich so oft Kontakt mit meinen Eltern in den USA habe, dass jetzt schlafe ich, als ob ich in Amerika war. Und jetzt für mich ist es ein schönes Morgen. Aber ja, ich weiß, dass es Nachmittag ist. Und hier haben wir ein Basis-Jonglage, weil ich werde vielleicht ein paar komplizierte Dinge machen. Aber hier sind drei Bälle und ich sage, dass drei Bälle, normalerweise haben alle Leute schon ein Drei-Ball-Jongleur gesehen. Wenn Sie schon ein Drei-Ball-Jongleur gesehen haben, sagen Sie bitte Ja. Ja, okay. Und das heißt, dass Leute nicht super interessiert in normaler Drei-Ball-Kaskade oder umgekehrter oder echt umgekehrter sind. Aber auch, sogar wenn ich so mache, sind die Leute wahrscheinlich nicht so beeindruckt, wenn die schon Drei-Ball-Jonglage schon gesehen haben. Aber jetzt kann ich das benutzen, wenn niemand super interessiert ist in meine Drei-Ball-Jonglage, dann kann ich eine falsche Jonglage machen. Und es sieht fast so gut aus wie eine echte Jonglage. Hier ist echte Jonglage und hier ist falsch. Das heißt auf Englisch, faking it. Falsch ist fake. Das heißt, faking it mit linker Hand. Faking it mit rechter Hand. Faking it mit beider Hände. Für diese Leute auch. Okay, nein, Entschuldigung, das ist auch eine schlechte Witz. Okay, hier. Auf die Knie. Okay. Kopf. Hinter meinem Rücken. Okay. Und ja. Und eine Hand mit drei Bälle. Dankeschön. 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 Das war meine rechte Hand. Ich bin Rechthänder. Und hier sind drei Bälle in meine linke Hand. Ja, Dankeschön. Okay, ich jongliere auch mit meiner linke Hand. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist auch ein blöder Witz. Okay. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, jetzt werde ich versuchen, einen Ball auf meinem Ohr zu fangen. Okay. Ich muss das hier machen. Okay. Ein Ball auf meinem Ohr muss ich fangen. Dankeschön. Dankeschön. Ein Ball auf beiden Ohren. Ja, was? Eins. Warten Sie mal. Eins. Warten Sie mal. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Dankeschön. Hey, danke. Mit allen drei Bällen bei den Ohren. Das kann schwer sein, aber hoffentlich. Man muss optimistisch denken, positiv denken. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vielen Dank. Okay. Ja, das ist sehr cool, ein Mikrofon auf meinem Kopf zu haben. Das ist nicht mein erstes Job mit Mikrofon auf meinem Kopf. Ich habe auch in einem McDonalds mit Drive gearbeitet. Wollen Sie Pommes mit dieser Jonglier-Show? Nein. Okay. Jetzt, das sind nur drei Bälle. Normalerweise muss man mehr Bälle benutzen, um Leute zu beeindrucken. Oh oh. Wenn was runterfällt, manchmal mache ich Fehler. Es gibt viel Schwerkraft hier. Viel mehr Schwerkraft gibt es hier in Deutschland als in Amerika, wo ich geboren bin. Es gibt es weniger Schwerkraft. Manchmal zu wenig Schwerkraft. Das heißt, die Leute müssen super dick sein, um auf der Erde zu bleiben. Okay. Und hier habe ich ein Ball. Es ist runtergefallen. Wenn ein Ball oder Keule fällt runter, sagen Sie bitte, oh. Das ist ein freundlicher, aber ein bisschen Mitglied. Das ist... Oh. Genau. Sehr gut. Okay. Das heißt, hoffentlich kann ich nicht nur drei Bälle jonglieren. Ja. Sonne in den Augen ist nicht gut. Ist das besser? Okay. Nicht nur drei Bälle. Nicht nur vier Bälle. Sondern fünf. Noch einmal. Noch einmal. Boom. Das ist drei. Das sind vier. Dankeschön. Das ist fünf. Vielen Dank. Okay. Und hier kommt hoffentlich ein Trick. Ich mache kurz eine Pirouette. Das heißt, ich drehe mich sehr schnell um, während ich jongliere. Wenn ich es schaffe, sagen Sie bitte, oh. Hier ist dieses Wort geschrieben. Oh. Lesen Sie es zusammen mit mir. Oh. Sehr gut. Und ruckwärts. Uh. Genau. Es ist gleich. Okay. Ladies and gentlemen, mit drei Bälle mache ich eine Pirouette von einem U. Dankeschön. Aber jetzt mit fünf Bällen ist dieser Trick schwerer. Ein Fünfball-Umdrehung oder Pirouette. Ja. Ja, das war nur... Oh, genau. Okay. Dieses Mal mache ich hoffentlich echt meine Pirouette, während ich fünf Bälle jongliere. Das kann schwierig sein. Blinken Sie nicht. Das geht sehr schnell. Das war das. Haben Sie geblinkt? Nein, das ist nicht... Nein, das ist... Vielen Dank. Dieser Trick war so schwer zu lernen. Wow. Okay. Und das sind fünf Bälle und hier habe ich Ball Nummer sechs, falls ich einmal Ball Nummer fünf verliere. Okay, gute Idee wäre, sechs Bälle zu versuchen. Ist das okay? Wenn Sie sechs Bälle sehen wollen, sagen Sie ja. Dankeschön. Ja, ich kann verstehen, dass es vielleicht nicht so schwer aussieht als fünf Bälle. Aber hier muss meine linke Hand und auch meine rechte Hand müssen zusammenarbeiten. Tada, sechs Bälle. Dankeschön. Und für meine Show sind sechs Bälle die maximal. Aber ich habe hier eine Jonglier-Keule. Und das ist Keule Nummer vier. Eins, zwei, drei sind schon da. Vier. Und ich habe Nummer fünf. Ich will nicht, dass die Sonne direkt in den Augen scheint. Dass es von mir nicht so höflich wird. Okay, können Sie sehen? Ohne zu viel Sonne. Okay. Hier habe ich Keule Nummer vier auf meinem Fuß. Und hier drei Keulen jongliere ich. Hier kommt hoffentlich eine sehr coole Move mit Style, mit Skills. Versuche ich Keule Nummer vier von meinem Fuß in meine Jongliermuster zu bringen. Von drei zu vier Keulen zu gehen mit Hilfe von einem sehr eleganter und coole Move von meinem Fuß in meine Jongliermuster. Schauen Sie gut bitte auf Keule Nummer vier. Okay, here we go. Ja, das war ein Witz. Dankeschön. War das lustig? Dankeschön. Das war nur ein Witz. Jetzt dieses Mal echt von meinem Fuß. Dieser Trick heißt mit mir und meinen anderen Freunden, sagen wir mal ein Kick-Up. Ein Kick-Up. Treten ist Kick. Ein Kick-Up. Up ist auf oder nach oben. Jetzt mache ich, ladies and gentlemen, ein Kick-Up von drei zu vier. Und, dankeschön. Und zurück zu drei. Boom. Danke. Und Kick-Up ist hier in diesem Fall ein Single Flip. Was heißt ein Single? Das ist eine Ein- Dankeschön. Einfach eine Umdrehung zwischen Fuß und Hand. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren. Eine Umdrehung. Boom. Das ist ein Single. Und wenn man zwei Umdrehungen benutzt, heißt das eine Double. Eins, zwei. Boom. Boom. Jetzt haben wir keine Decke. Wir sind draußen. Es ist schön. Und das heißt, hallo. Das heißt, dass ich ein Triple benutzen könnte. Ich muss versuchen jetzt, wenn ich es schaffe, mit einem Triple zu vier zu gehen, sagen Sie bitte, wow, und klatschen Sie, okay? Aber, falls etwas schief geht, wenn etwas runterfällt, sagen Sie bitte, oh, nochmal einen Test. Sehr gut. Sehr gut. Gute Publikum. Vielen Dank. Okay. Von meinem Fuß. Mit einem Triple. Hoffentlich. Oha. Ja, was ist schief gegangen? Dankeschön für diese coolen Ohr. Noch einmal mit einem Triple. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Okay. Das sind vier Keulen. Normalerweise muss man nach oben schauen. Aber es ist gut, wenn man in den Augen von dem Publikum guckt. Das zeigt Liebe. Ich liebe mein Publikum. Das heißt, ich versuche jetzt, in den Augen mein Publikum zu gucken. Okay. Und ein bisschen besser ist mit Singles. Okay. 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 Vielen Dank, das ist auf meinem Kinn. Und jetzt, meine Damen und Herren. der schwerste Teil von diesem Trick ist, zu reden gleichzeitig. Ich versuche, diese Keule zu fallen lassen und dann eine andere auf meine Nase. Dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und hier ist, normalerweise macht man diesen Trick mit einem von drei Keulen. Es ist normalerweise ein Einer-Keule-Trick von drei. Jetzt werde ich versuchen, fortgeschrittene Version von dem Trick, dieser gleiche Trick über meinem Kopf, aber dieses Mal, während ich vier jongliere. Dankeschön, danke, merci beaucoup. Das sind die vier Keulen und ich habe auch, meine Damen und Herren, einen Überraschungstrick hier. Hier ist meine Reisetasche. Bevor Pandemie begonnen ist, habe ich einen coolen Job gehabt. Ich war ein Guest-Entertainer, Comedy-Jongleur auf 52 verschiedene Kreuzfahrtschiffe. Und ich habe meinen Job geliebt. Das war in 38 verschiedenen Ländern, habe ich meine Shows gemacht, auf Hauptbühnen, auf Kreuzfahrtschiffe. Und während des Tages war ich immer in einem Hafen irgendwo im Mittelmeer, Karibik, Südamerika, Norwegen, Ostsee und das war schön. Und ich habe einen Trick von meiner Kreuzfahrtschiff-Show, alle die Tricks hier, mitgebracht. Zum Beispiel, ich habe hier eine kleine Überraschung. Die Frage, um auf einem Schiff zu kommen, muss man immer einen Flug nehmen, normalerweise. Manchmal habe ich Glück, manchmal kann ich in Deutschland, zum Beispiel Bremerhaven, Hamburg oder Kiel oder Warnemünde auf meinem Schiff kommen. Das ist cool, dann kann man mit Zug reisen. Aber wenn man fliegen muss mit so viel Jogliergerät, muss man immer viele Fragen antworten mit Airport Security, die Sicherheitsdienstleute im Flughafen. Und das ist im Moment nicht so gut. Die haben viele Fragen für mich, die fragen immer, warum, why, pourquoi, warum haben sie so viele Bälle? Das ist eine gute Frage. Und ich sage, ich bin ein Jongler. Große Messer. Ja, die sind schön zu jonglieren, wenn ein bisschen Sonne kommt und es glinzt. Und es ist auch mega praktisch für mich. Das ist mein Spiegel. Weil keine Spiegel hier habe ich. Okay, gut. Ladies and Gentlemen, große Messer. Und auch danke, dass ich dieses Stuhl gleichzeitig benutzen darf, weil dieses Stuhl ein Co-Star mit meinem Messer von diesem Trick ist. Ich werde versuchen, einen Kombi-Trick zu machen. Ich nehme dieses Stuhl hoch und dann stelle ich den Stuhl auf meinen Stirn, auf meinen Kopf. Dann nehme ich meine Hand weg. Dann nehme ich meine andere Hand weg. Ja, andere Hand weg. Das ist ein blöder Witz auch. Viele von meinen Witzern sind sehr blöd. Deshalb bin ich Jongleur und kein Komiker. Okay, ich bin Halb-Komiker. Welcher Halb? Recht oder links? Okay. Ladies and Gentlemen, ein Hand weg. Zweiter Hand weg. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist ein sehr cooles Publikum heute, meine Damen und Herren. Und hier, dieser Trick ist der Grund, warum ich rausgeschmissen von Ikea wurde. Danke schön. Okay. Und jetzt, Löwe kann kommen. Löwe-Tricket-Lift. Nee, das ist auch ein Witz. Diese sind cool. Die sind große Messer von New York. Brian Dubé, Jonglagegerät in New York, hat diese gemacht. Die sind gut. Die sind sehr, sehr scharf. Nicht, die sind nicht. Weil dann, wenn zum Beispiel ich eine Show für Familien mache und die Leute kommen hinter mir und meine Messer sind da und ich jongliere mit allen, mit einer Keule und Bälle und dann vielleicht kommt ein sehr kleines Kind und er fasst genau auf die Klinge. Mama, was ist das? Das schneit nicht. Das ist gut. Schneidet nicht, aber das sieht sehr gefährlich aus. Und dieser Trick sieht gut. Nur von einem Winkel. Von dieser Winkel ist es nicht gut. Entschuldige. Okay, Kamerawinkel. Danke, meine Damen und Herren. Und bis jetzt, sind Sie bisher mit meiner Jonglage zufrieden? Okay, cool. Ich habe hier mein U-Schild. Dieses Wort U ist von Jonglierringe gemacht. Warum jongliere ich nicht meine Jonglierringe heute? Wegen Wind. Diese sind die leichtesten Gegenstände, die leichtesten Jongliergeräte der Jonglierer. Und mein Problem ist, sogar mit drei Ringen kann es sehr, sehr schwer sein, wenn es Wind gibt. Aber hoffentlich kann ich einen anderen Trick zeigen. Dieser Trick ist sehr, wirklich sehr international. Hier ist ein Symbol von internationaler Freundschaft und Sport. Okay, ein anderer Trick von meiner Bühne-Show. Hoffentlich nicht zu viel Wind. In einem Kurzfahrtschiff sind wir drinnen und wir haben kein Wind. Und das ist ein Glück. Aber jetzt ist es eine Herausforderung hier. Wenn man draußen ist, aber ich versuche diesen Trick trotzdem zu machen. Oh, Wind, Wind, Wind. Noch zu viel Wind. Okay, okay. Hoffentlich. Tada. Okay, und fünf Ringe. Oh ja. Sehr gut. Wenn es windig ist, kann man fast nie die Ringe jonglieren. Aber ich versuche trotzdem. Oh, fast was. Vielleicht hier. Schauen Sie in diese Richtung. Hier, hallo, mein Herr. Okay. Hier, vielleicht. Ja, weniger Wind. Hier, okay. Tada. Das ist... Dankeschön. für Ihre Geduld heute mit diesem windigen Tag. Aber am mindestens haben wir heute kein Nachmittagsregen, weil das kann noch schwerer sein. Okay. Normalerweise mache ich jetzt einen Interaktionstrick, aber wir haben viele Regeln gegen Kontakt im Moment, weil wir haben immer noch Corona-Maßnahmen. Das heißt, ich werde versuchen, diesen Stuhl als meinen Partner zu benutzen. Normalerweise gebe ich einen Ball zu einem kleinen Kind. Wir sagen Peter. Hallo, Peter. Peter hat nichts zu sagen. Normalerweise ist es ein echtes Kind. Und Peter, kannst du fangen? Fang den Ball. Sehr gut gefangen. Klagen Sie für Peter. Okay, Peter, wirf den Ball zurück zu mir. Okay. Eine gute, bunte Vorstellung kann man... Eine, okay. Dann statt ein Kind, das Peter heißt, wir haben hier einen Stuhl. Und ich mache trotzdem meinen Trick, meinen Interaktionstrick. Als ob ein Kind hier war oder ein Erwachsener und wir Kontakt hätten dürften, dann kann ich meinen Interaktionstrick trotzdem machen. Das ist ein Ersatztrick. Hier ist drei Keulen und ich fange den Ball von Peter oder von meinem Stuhl. Aha, ja. Video oder Bild? Ein Bild, okay. Kein Problem. Video ist auch für mich kein Problem, wenn Sie ein Video haben wollen. Okay, hier. Ladies and Gentlemen, auf drei werde ich versuchen, diesen Ball von Peter, der Stuhl, zu holen. Ich hole den Ball. Eins, zwei, drei. Ja. Huh. Sehr gut geworfen, Peter. Give me five. Schläge ein. Nächstes Jahr. Normalerweise kommt ein echtes menschliches Kind. Ja. Vielleicht nächstes Mal, wenn ich hier komme, kann jemand helfen. Kind oder Erwachsene, die sind beide für mich gut. Jetzt, Version Nummer zwei ist, wenn ich nicht diese fallen lasse, ich versuche alle zu jonglieren gleichzeitig, den Ball gleichzeitig. Und dann werde ich einen sehr schweren Kombitrick ausprobieren. Hier kommt der Ball. Okay. Und Sie können von der Seite schauen. Das sieht aus, als ich vermische, ein Mischer alle zusammen. Aber Sie sehen jetzt sehr, sehr klar, dass diese zwei Gegenstände, Ball und Keule, sind nur in meiner rechten Hand. Und Sie sehen auch, dass diese Gegenstände sind im Moment nur in meiner linken Hand. Das heißt, dass diesen Ball nie zu meiner anderen Hand kreuzt. Wups. Moment. Nie zu meiner anderen Hand kreuzt. Wups. Okay. Nee, das war ein Witz. Meine Damen und Herren, jetzt ein Kombitrick. Ich versuche, den Ball mit meinen Stirn in Bounce zu kontrollieren, gleichzeitig, wenn ich jongliere. Und wie viel, wie viel Bounces kann ich machen? Wir können alle zusammen zählen. Lassen wir zählen. Eins, zwei. Ja, zwei. Zwei. Danke. Danke schön. Das war nur ein Witz. Ich versuche, etwas Besseres zu machen. Zehn Mal, okay? Und wir zählen zusammen, bitte. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den Ball tippe, dann ist es eins, zwei, drei, okay? Bis zehn, hoffentlich. Wenn nicht, dann schuldig nicht. Das ist Wind. Here we go. Wir zählen zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Sehr gut, meine Damen und Herren. Bisher noch zufrieden? Mag das Spaß, hoffentlich? Mein Herr, ein Windfinster? Mag das Spaß? Okay? Er ist noch nicht zufrieden. Und hoch? Ist es gut? Hey, danke schön. Hallo. Und mein Herr, gut? Bisher? Okay, sehr gut. Ich habe hier nicht nur, nicht nur plastische Dinge. Ich habe hier ein Ding aus Gummi. Das ist ein Pumpel. Klo-Stöpfchen. Das ist ein Ding. Stöpfel, Stöpfel, Stöpfel. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, Pumpel. Aber das ist aus Deutschland. Und wir benutzen dieses Ding für einen anderen Trick. Das heißt, das ist ein normaler deutscher Plunger oder Pumpelist. Aber hier habe ich auch einen amerikanischen mitgebracht. Das ist ein amerikanischer. Und hier? Texas-Pumpel. In Texas hat man tieferer Klo. Ich meine, ich habe viele, viele blöde, blöde Witze. Okay, hier habe ich einen Pumpel von Texas, aus Texas, auf meinem Stirn. Und jetzt, Ball rein. Ball rein. Wind, okay. Ball rein. Noch ein blöder Witz. Okay. Nur Witze. Ich liebe Witze. Okay. Ball von meinem Hand wird noch jetzt fliegen. Und hoffentlich, wenn der Ball runterkommt, kommt der Ball. Danke, meine Damen und Herren. Drei Jahre Arbeit und dieser Trick dauert eine Sekunde. Jetzt verstehen Sie, warum ich so viele blöde Witze bevormache. Das benutzt ein bisschen mehr Zeit. Okay. Und jetzt. Heilige Musik. Hallo, heilige Musik. Hallo, heilige Musik. Meine Damen und Herren, als ein, wie, how many minutes did we do? Is it about time to bring it to the finale? Okay. Meine Damen und Herren, als ein Finale habe ich eine spezielle Ding mitgebracht. Das hier ist echte deutsche Grillanzünderflüssigkeit. Eine sehr hohe Qualität. Moment. Das hier ist echte deutsche Leitungswasser. Sehr wichtig, dass man nicht durcheinander ist und zum Beispiel diese austauscht. Und hier, aus Kalifornien, eine, wie heißt das? Fackel? Genau, eine Fackel. Eine Fackel aus Kalifornien. Und das ist Fackel Nummer eins. Fackel Nummer zwei. Und Fackel Nummer drei. Die sind fast genau wie meine Keulen zum Jonglieren. Aber diese sind besser, wenn man zum Beispiel ein bisschen Feuer jonglieren will. Aber am wichtigsten mit Feuer ist eine sehr hochqualität Grillanzünderflüssigkeit. Das heißt, heiß. Ja, das heißt, ich kann nicht auf neuer Gras gießen. Okay. Meine Damen und Herren, das kann gefährlich sein, Feuer zu jonglieren. Bitte machen Sie es nicht nach, bevor Sie zurück zu Hause sind. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Gut. Und dann stelle ich diese sehr leicht entflammbare Ding zurück in ein sehr, sehr teurer Schutz. Bag. Okay. Und dann. Ich bin nicht Raucher. Aber für diese nächste Nummer habe ich hoffentlich ein Leiter. Ja. Ein Feuerzeug. Mit Feuer. Kann man es sehen? Vielleicht können wir leichter sehen, wenn es ein bisschen dunkler ist, ein bisschen Schatten. Hier sind meine drei Fackeln. Und hier habe ich noch ein Bild. Das kann cool sein. Hier ist ein New York Bild. Okay. Das ist ein Fackel. Ein, normalerweise zündet ein Feuerjongler jetzt seine drei Fackeln an. Aber das ist zu leicht. Ich werde versuchen, mein Feuerzeug zu jonglieren. Und gleichzeitig drei Fackeln. Und jetzt, meine Damen und Herren, werde ich versuchen, während ich jongliere, meine drei Fackeln anzuzünden, ohne zu stoppen. Nee, das kann ich nicht. Aber doch, danke für diesen optimistischen Blick. Hier, ich zünde jetzt nur ein Fackel an. Eine Fackel ist jetzt mit Feuer. Können Sie sehen, es ist sehr hell plötzlich. Grauer Tag, ganzer Tag gestern. Perfekt für Feuerjonglage. Jetzt, heute, brauchen wir nur fünf Minuten mit einem bewölkten Himmel. Aber wir haben Sonne trotzdem. Das ist hier. Feuer auf eine und wir brennen weg, a la Coronavirus. Ja, danke schön. Ich bin Held der ganzen Welt. Nee. Danke schön. Ladies and Gentlemen, um Fackel Nummer zwei anzuzünden, ich habe sehr hoch Qualität deutscher Grillanzünderflüssigkeit darauf. Das heißt, mit nur einem Touch kann ich anzünden. Nur ein Touch. Boom. Und jetzt Nummer zwei. Nee, noch nicht. Okay. Jetzt kommt Nummer zwei. Kein Problem mit so hoch Qualität. Jetzt zünde ich Fackel Nummer zwei an. Nö. Fackel Nummer zwei. Boom. Nö. Okay. Fackel Nummer zwei wird Feuer haben. Nein. Das ist falsche Fackel. Plan B. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Hier Nummer zwei. Und Nummer drei wird ein bisschen Wind. Das kann ein bisschen schwer sein, aber ich bin Optimist. Ich bin Optimist. Aha. Eins, drei. Eins, zwei, drei. Ja, danke schön. Okay. Hier haben Sie, Ladies and Gentlemen. Bisschen für Kanera. Hallo. Look deeply into the fire. Thank you. Und seitwärts. Das ist echt Feuer. Oh ja. Noch ein Bild. Cool. Okay. Von hier. Und über meine Schulter. Andere Schulter. Beide Schulter. Okay. Andere Richtung. Rückwärts. Okay. Ups. Das kann gefährlich sein. Und jetzt, meine Damen und Herren, eine Pirouette mit einer Fackel in der Luft. Oh ja, es ist sehr hell in dieser Richtung. Entschuldigung. Eine Pirouette werde ich versuchen, dieses Mal mit einer Feuerfackel in der Luft. Wenn ich es schaffe, sagen Sie bitte, uh. Hier ist das Wort geschrieben. Uh. Dankeschön. Und jetzt mit zwei Fackeln in der Luft. Und wenn es gut geht, sagen Sie bitte, uh. Dankeschön. Aber jetzt am schwersten. Mit drei Fackeln in der Luft. Eine Pirouette. Vergessen Sie nicht, dass es live und kein Fernseher ist. Wenn es aussieht, als ob eine Fackel auf Sie zu fliegt, dann fliegt sie wirklich auf Sie zu. Fangen Sie nur diese Teil an, bitte. Und nicht die heiße Teil. Aua. Okay. Alle drei in der Luft. Eine Pirouette. Hoffentlich. Ein, zwei, drei. Ja. Danke. Und dieser Trick heißt Anti-Mücke. Anti-Moskito. Das habe ich in Florida gelernt. Okay. Eine raus. Letzter. Danke schön, Ladies and Gentlemen. Vielen Dank. Mein Name ist John Nations. Und ich bin sehr dankbar, dass heute sind alle coole Leute wie Sie hier gekommen, meine Show zu gucken. Sind Sie zufrieden? Dankeschön. Sagen Sie mir ein Danke zu Sant'Egidio und Dominik. Sant'Egidio und Dominik. Alle die Leute hier mit Technik. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen nochmal ganz, ganz herzlich dem John Nations danken. Er war nicht nur schon Glück, er war auch Magier. Das war ja unvorstellbar. Und Komödiant. Nochmal einen ganz großen Ausdruck von John Nations. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Tag, schönes Wochenende. Thank you. Wow, das ist super. Cool, ich werde betrunken in eine halbe Stunde. Nee. Wow, das ist super. Dankeschön. Wie heißt du? Miriam. John ist mein Name. Danke, Miriam. Danke, alle freundlichen Leute. Das ist sehr lieb von Ihnen. Dankeschön. Wow. Cool. Oh, ja.